Alles klar, hier ist komplett dunkel, wo waren wir denn noch nicht, hier ist so, keine Ahnung, was soll denn das sein, hier gibt es nix, irgendwo ging es doch noch nach unten Obwohl ich eigentlich auch nicht unbedingt nach unten gehen will, weil da ist wohl auch noch dunkel, hier hinten, ne da war ich ja schon, was ist mit dem blöden Telefon, vor allem da, the phone line appears to be dead, was ist mit Tod, wow, alter, ich wollte schon schreien, so, au, das war nochmal ein Schatten, ach was haben wir, au, was haben wir hier, schon wieder das gleiche, Ah, cool, wo, let's gooo, so, ähm, kriege ich die aus, so, ich weiß nicht, ob wir da jetzt auch wieder Batterie haben, weil in der Beta damals hatten wir keine Batterie So, dann gehen wir mal nach oben Wow, also, ich stolpe mich auch noch die Treppe hoch, gibt es ja gar nicht Ah, na, hier haben wir noch weitere Türen Okay, und in welche Richtung soll ich? Hier haben wir das Schlafzimmer Ich glaube, so ein leichtes Herzpumpen kann es sein Hier haben wir zu, zu Hier ist auch zu Hier ist gar nichts Hallo? Jemand unter, ah, dunkel, Dusche Ah, hier gibt es eine Badewanne Aber ansonsten auch groß nix Warum kann man hier kein Licht einschalten? Ganz ehrlich So, das ist Arbeitszimmer Blue Eye Studios Das haben sie auch mal geil gemacht Oder soll es ein Kinderzimmer sein oder so? Persec Productions Alter, was ist denn das da? Sieht aus wie von, keine Ahnung, wie Anrui Tournament oder Half-Life oder so Irgendwie so aus in die Richtung So hier, ne, hab schon gedacht, da hat was geleuchtet Hm Brauchen immer noch einen Schlüssel Aber wo finde ich den? Konnten wir jetzt irgendwo runter oder so? Hier ist ja gar nichts mehr Warte, wir können ja mal mal in den Kühlschrank gehen Da stehen ja ein paar Sachen Hier habe ich auch nichts übersehen Hier war ja auch ein bisschen dunkel So, hier ist ja auch nix Hier haben wir noch eine Türe, da geht es doch raus, oder? Schauen wir noch mal kurz Achso Muss ich in meinen Ah, das ist ja auch cool, das können wir abschalten Ähm Inventar 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 Jetzt sehe ich vielleicht Scrapbook So, Found Item Eins von 26 So, hier Flashlight Batterien Extra Klebebände Was ist Leiter? Oder Kerosion Und Locked House Okay Muss ich das alles finden, oder wie? Bis jetzt habe ich ja nur so einen komischen Zettel gefunden Und halt hier am Dings Okay, ist auch abgeschlossen Ist ja gut Was haben wir hier? Ja, was ist in dem Dings, in dem Becher drin? Sieht voll komisch aus Hier waren wir auch schon Und hier? Ach nee, das war die Garage Guck mal, die geht von alleine auf Geist doch raus Weiß nicht, müssen wir auch draußen auch was suchen, oder? Das ist halt geil mit der Entfernung Mit dem Umschalten Oh je Ist irgendwie eine Witterung gespürt, oder so? Ich geh lieber wieder rein Vor allem ist jetzt halt das Geräusch wieder so komisch Ich hab gedacht, wir konnten irgendwo noch nach unten gehen, aber War wohl nicht so der Fall So, was haben wir noch hier hinten? Ein paar Kartons Ja, hallo Ja, toll Wo finden wir den Schlüssel? Hier drin wohl nicht So, hier ist ja abgeschlossen Hier ist so ein kleiner Schwarz Spielplatz Wo könnte der Schlüssel sein? Daraus will ich eigentlich wirklich nicht mehr Ich schau nochmal ganz kurz nach oben Da waren wir, da waren wir, da Hier war ich noch gar nicht, hallo? Hier haben wir den Schlüssel Was geht ab? Okay Warum hab ich den Raum so übersehen? Ich bin gleich hier reingegangen Das war ja mal so richtig super Auf einmal wird es hier wieder lauter Ist das irgendwie random, oder? Hallöchen Ah, hier sieht ja super aus Oh, hier sind die ganzen Seiten Alter Also ich weiß nicht, wie das sich jetzt bei euch anhört in der Aufnahme, aber Alter, das bummst gerade voll in meinem Gehirn durch Der Beat Oh, hier haben wir eine zerbrochene Fensterscheibe Oh nein Das Tor war doch vorher noch nicht offen, oder? To the Woods Oh nein, darf ich jetzt wieder rausgehen? Okay Okay Gibt's jetzt los, oder wie? Was? No escape, can you see it? Ne, ich will's eigentlich nicht sehen Na toll, da lauf ich jetzt raus Ist halt was blödes, wird mir jetzt nicht genau gesagt Obwohl eigentlich stand halt dran, to the Woods, aber Ich mein damals bei Slender Hatten wir auch nicht groß drauf geächtet 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 Geächtet, ähm Wo es Was da draufsteht teilweise Am nächsten Fall ist, kann ich irgendwie speichern, oder so An dem Telefon, oder Irgendwie so Ist jetzt so das Ding, wenn ich mal kurz ne Pause machen will Kurz aufholen muss, oder so Vielleicht irgendwie, wenn ich sterbe, dass ich irgendwie bei dem Telefon wieder anfange, oder so Keine Ahnung Ach, was haben wir hier noch, ne 1 Alter, ein ganzer Roman Okay Also wer mal kurz das durchlesen will, dann lass ich noch ein bisschen das da Ab Ton verabschiedet Er Ob Cad C Be Se Um We Bl Was Te Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020